Die Eroberung von Niederländisch-Ostindien schreitet rasch voran. Inzwischen haben sich allerdings die Holländer, Australier, Briten und Amerikaner zum ABDACOM zusammengeschlossen. Einer unserer schweren Kreuzer bietet daher unseren Transportschiffen auf dem Weg nach Java Geleitschutz und hilft bei der Versenkung der ABDACOM-Flotte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wahr. Unsere Männer sind in den Transportern und freuen sich auf die bevorstehende Schlacht. Vermutlich werden die alliierten Verbände versuchen, sie abzufangen. Aber wir werden sie abschirmen. Wir lassen niemanden durch. Die Eroberung von Niederländisch-Ostindien schreitet rasch voran. Feindliche Zerstörer nähern sich unserer Position. Ihre Befehle, Commander. Commander, auf Ihren Brusten. Wir haben einen Maschinenschaden. Wir werden langsamer. Wir dürfen nicht zurückfallen. Unsere Reparaturtrupps stehen bereit und erwarten Ihre Befehle. Maschine ist wieder okay. Gute Arbeit. Fehlfunktionen müssen umgehend repariert werden. Davon hängt die Operation und unser Überleben ab. Feindliche Zerstörer aus zwölf Uhr. Er führt in Torpedo-Position. Commander, stoppen Sie dieses Schiff. Untertitelung... Feindliche Artillerie in Reichweite. Mehrere Trägerschiffe mit Zerstörer-Eskorte. Ich versuche sie anzulocken. Commander, ich brauche Ihre Hilfe, während der Rest der Flotte das Gebiet sichert. Unsere Artillerie war erschreckend ungenau. Das ist wie Facts. Wir haben ein feindliches Schiff geordnet. Sieh ich! Der Feind sinkt! Wir haben schwere Schäden! Drehen jetzt ab! Wir stehen unter Faltbeschuss! Sie säuft ab! Wir stehen unter Faltbeschuss! Das Schiff ist schwer beschädigt. Es sinkt! Das feindliche Schiff sinkt! Das Schiff sinkt! Das feindliche Schiff versinkt! Wir wurden mehrmals getroffen. Es sieht nicht gut aus. Wir sind den Alliierten in die Falle getappt. Unsere Verluste sind beträchtlich. Wir brauchen Unterstützung. Nicht identifizierte, schwer gepanzerte Schiff voraus, Commander. Granaten nützen hier nichts. Aber wenn wir es manövrierunfähig schießen, erledigen unsere Torpedos den Rest. Sie säuft ab! Sir, alle Zerstörer der Operation unterstehen jetzt Ihrem Kommando. Ihre Ziele sind die feindlichen Kreuzer. Kider G3M Geschwaderführer, wir sollen hier aufräumen. Sie sollen bei der Zerstörung der Force Z ganze Arbeit geleistet haben. Haben Sie Erfahrung im Kampf gegen die Engländer? Ja, und wir wissen, wie man sie besiegt. Dann haben wir ein perfektes Ziel für Sie. Ihr Flaggschiff, die Exeter. Herr Stadl, betrachten Sie das gute Stück als fest. Volltreffer! Sie hat Schlagseite. Ich glaube, sie sinkt. 너무 wichtig! Schwo? Sieh, der Feind liegt! Wir stehen unter Feindbeschluss! Wir stehen unter Feindbeschluss! Sieh, der Feind liegt! Wir stehen unter Feindbeschluss! 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 Wir stehen unter Feindbeschluss!